Glaubst du das? Beim Fallen getötet. Jetzt kommt unser Panzerabwehr hinterher. Aber jetzt haben wir es einfach in die Base einzunehmen, weil wir ja hier hüben sind. Die müssen erst wieder rüberspringen. Ich beginne mit den Reparaturen. Da vorne geht schon los wieder. Das erste Haus wird schon wieder becampt. Da werden Spion drin sein, so wie es aussieht. Und ne verfuckte Max. Ich habe C4? Ja, gut. Ah, Mist. Dein Bastard. Da ist aber kein Truppentransporter in der Nähe. Nach hinten ist einer und er ist so weit weg. Das ist furchtbar. Das soll er mal in Stellung bringen. Neun Minuten machen wir noch. Und dann gehe ich offline wieder. Render es und ladet es euch gleich hoch. Ja, er hat aufgemacht. Gut. Er hat zugemacht. Dann kommt nämlich ein zweiter Sandy. Einer sollte er mal aufmachen für die Leute. Gut, danke. Sonst können wir nicht das hier angreifen. Die Käpt'n hier nicht schlecht. Er hat echt das Ding gesprengt. Einer macht hier schon wieder schönes Feuerwerk für uns. Zwei Kills? Kann das sein? Du hast... Ja, zwei Kills. Einmal mit C4. Einmal mit... Äh, einmal mit Granaten. Einmal mit Schüssen. Wir müssen das Ding hier clearen. Die Base hier von... ...Pötterspar. Ja, dieser Ne... 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 Seid ihr hier? Ne. Meinsche. Ne. Ne. uh... Ne. Ne. Punkte gemacht Da ist noch einer, vermute mal da ist ein Baum Kann das sein Ich habe den enttötet Gut, 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 gut Oh, da ist ja ein Tarnflash unterwegs Das heißt, wenn ein Tarnflash unterwegs ist Okay, ist das? Das ist okay, da kommt wieder hin Aber Alter, schweig Der rumzukommen ist krank Fuck off Ah, dreht er echt sein Ding auf mich zu Upsi Dumm gelaufen Ah, wir sind jetzt schon am Haus Daher passt das Wir kriegen so zurückgedrängt Und da wir Hosen haben, haben wir glaube ich nur die Hälfte von dem Nanitenkosten, glaube ich Fahrzeuge und Reparatur bei Turm und Pets Also ne Die Reparatur, den ist das Bonus Also wir sind noch nicht bei A eingedrungen Shit Die halten das noch, ja 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 Gut, diesmal war der Erster Die halten das gut Na gut, das andere kommt jetzt ein bisschen vor Hm, aber auch nicht Ja Dann kommt der nächste Sander Einer muss jetzt ein bisschen weiter vorne gepost werden Ja Auch was machen können Oh Ich war sogar noch geholt Dankeschön Gut, dass es warten hat sich gedacht Hier hinten das andere war Glaubst du, dass beim Fallen getötet Und der wurde durch, dass es getötet worden Ja gut Hätte damit rechnen können Also wir kämpfen jetzt nicht an meinen gesichteten Sanderer an Och True True, true, true So true Alter haben für die 15 ich komme nicht nah genug waren Ich muss hier nicht nah genug rankommen. Der Werbe schiebt. Jetzt bin ich schon wieder negativ so deutlich. Du kommst da nicht durch. Das ist das Problem. Mitnehmen sie auf dem Berg wieder ein. Wer denn hat gewinnt die Schlacht hier. Bist du die Schlacht gewinnt? Du kommst nicht bei ohne den Berg durch ihn zu haben. Ach fuck. Wenn du die Anhöhe nicht hast, kommst du nicht bei. Gut, jetzt wird endlich wieder Tag. Schon mal ein Vorteil. Dass es wieder vorteilhafter ist, dass es den Gegner wieder besser. Wenn die Lichtklebe aus. Nicht mehr so dermaßen sind. Was ist denn hier? Oh, direkt vor mir einer. Letzt mal einen schönen Header geben. Der fällt. Ach, Dreck. Der Max ist direkt vor mir. Das ist gefallen. Dreck, Mann. Was war das jetzt? Ach, der Schrotze. Einen Kill gemacht. Nee, mir kommt er nicht durch. In 100 Leben nicht. Leider kommt er nicht durch. Vor allem, wenn sie jetzt merken, dass wir von hinten kommen. Wenn sie jetzt die Route auch da ruckzuck dicht gemacht haben. Ja, aber ich habe ihn mitgenommen. Das zählt auf jeden Fall. Mindestens. Was hat denn der da drin? EP-Abschiebung. Nicht-Max-Einheiten-MP-Granateneffekt. Okay. Gut. Wer es braucht. Also, dass man nichts sieht. Ja, kann was die haben. Brauche ich nicht unbedingt. Das wird ja schon getötet von niemandem. Wir töten nicht die Leute. Wir töten die Spawn-Dinger. Naja, Leute. Das war es dann auch wieder für diese Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und tschö. Tschö.